Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch gerne unsere neuen Color Culture Farben zeigen, wie man sie aufträgt, mal von nahem so ein bisschen, ein paar Farben, ein paar Dosen öffnen. Ich kann euch schon mal das Farbrondel zeigen, alle unsere Farben, ich halte die gleich nochmal ein bisschen näher vor die Kamera. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, wie man die Farben aufträgt und wie toll und einfach die zu handhaben sind. Hier ist einmal das Rondell von nahem. Ich halte euch die Farben jetzt mal hier ran. Komplett alle Farben durch. Und ich zeige euch jetzt, wie die einzelnen Farben, wie einfach man diese Farben auftragen kann. Ich nehme jetzt erstmal ein schönes Rot, das Royal Red, das ist die 305. Ihr könnt das auch mit dem Lackierpinsel auftragen, super einfach. Und ich nehme mir ein bisschen Farbe. Und ihr seht, die Farben sind mit einem Auftrag deckend. Und ich habe jetzt hier auch noch einen durchsichtigen Pop. Ich trage die Farben immer so auf, dass sie, also so dünn wie möglich, aber deckend. Und genau so funktioniert es auch auf den Nägeln. Super einfach. Jetzt nehme ich mal die Farbe Swimming Pool, die 505. auch ein sehr schöner Ton. ganz tolle Frühlingsfarbe. Das schöne daran ist, dass ich das wirklich einmal auftragen kann. Und dann ist das Decken. Und da ich das ja alles mit meinem Lackierpinsel auftrage, das möchte ich euch gerne am goldigen Ton zeigen. Dann nehme ich das ist mein absoluter Lieblings-Ton. Trag ich auch gerade selber. Ich habe allerdings bei mir noch Stardust drüber gemacht. Das ist von unseren Zorpolisch Farben. die Glitzerfarbe. Das ist so ein richtig toller ja, so ein Champagner-Ton ist das eigentlich. Super schnell aufzutragen. Allerdings, da ich ja nur eine Schicht auftragen muss, kann ich mir richtig schön Zeit lassen. Und sauber auftragen. Tolle Farbe. Ich liebe diese Farbe. So, jetzt möchte ich euch gerne noch etwas zeigen. Red Devil. Hammer Farbe. Ich gehe mal hier rüber, bis man die noch sehen kann. Ich gehe mal hier rüber, Richtig krass. Guckt euch das an. Was das für eine Hammer Farbe ist. Toll. Und so kann ich natürlich weitergehen und weitergehen und weitergehen. Es ist egal, welche Farben ihr öffnet. Alle Farben sind so toll schnell aufzutragen. Summer Breeze. Oder... Caribbean Cherry ist auch noch richtig klasse. Eigentlich sind die alle total toll. Also, Röte ist aber was los hier. Nee, der ist noch richtig los. Die Strahl ist auch noch eine ganz tolle Farbe. Eigentlich ist es egal, was ich für Farben aufmache. Alle Farben sind richtig toll. Juanita hat so einen leichten Goldschimmer. Ich hoffe, die Farben haben euch ein bisschen Lust gemacht. Ihr könnt alle Farben bei uns im Shop bestellen und die nächsten Modellagen, die ich mache und die nächsten Videos, die ich drehe, die werde ich auf jeden Fall mit den Farben machen. Tschüss!